Einer der am strittensten Punkte der Verhandlungen ist die Transparenz, dass kaum ein wichtiger Punkt vollkommen offen gelegt wird und der Bevölkerung zugänglich gemacht wird und gezeigt werden darf. Ich war als Mitglied des Europäischen Parlaments im geheimen Leseraum und nicht einmal ich kann über den aktuellen Stand der Dinge wirklich Auskunft geben und alle Details berichten. Das ist ein Skandal für sich in einer demokratischen Gesellschaft und kann so nicht hingenommen werden. Wir fordern volle Transparenz bei den Verhandlungen.